Hm? Du kannst dich an der selben Stelle nochmal aufklatschen! Was Tirok, was hast du gesagt? Ich konnte dich jetzt leider nicht hören, du warst gerade tot. An genau derselben Stelle, also wirklich die Stelle hat seinen Namen einfach. Auch so wirklich, ne, also wie Tirok immer sagt, Gott ist groß. Das hat Gott sofort wieder mitbekommen. Tja, ne, komm Tirok, jetzt reichts aber so langsam mal. Und klatsch! Oder wie Phil sagen würde, wumms! Oder wie Tirok sagen würde, aua fucker! Fünf Euro? Ja, fünf Euro. Tausend Euro. Ja, chillen. Ne, das ist chillen, wenn ich für das gelben Mord ziehe. Ja, 500 Euro, wo du dann da vergehen? Ich hab überhaupt noch nie gesagt, dass es reicht. Ja, tausend Euro. Tausend Euro. Ich hab nie gesagt, dass es reicht. Tausend Euro. Tausend Euro. Hundert Euro. Tausend Euro. Ja, tausend Euro sind für dich wie hundert Euro. Ja, true. Eher andersrum. Es ist tatsächlich alles Roger in Kambodscha. Ich bin kein Roger. Ich will nicht pädigen. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Kornel Haus heißt jetzt Tirok. Ja, true. Wie geil wäre jetzt so eine kalte Pina Colada. I feel like Pina Colada. Du sollst dich fragen, was dann Top 3 Leblatt geschmeckt hat, Leblatt, mit den Neuen? Na, die Neuen kannst du ja nicht holen aktuell. Die sind Arzt verkauft, die kommen auch nicht wieder. Das geht ja nur um deine Top 3. Was hat das mit der Frage zu tun? Ja, wirklich. Ähm... Ich seh, da verkauf ich mich Self, der Geil. Heeeey, was? Ich kauf mir auch Self. Hä, wieso hast du Self gekauft? Wieso, nein, wieso? Ja, ne, weil Chris einfach keinen Sinn ergibt. Pina Colada... Ich muss sagen, Felix hat recht, wir trödeln zu viel rum. Das ist so... Das ist so abgeklackt sein. Trödeln zu viel rum. Ihr trödeln zu viel rum. Ja, ja wirklich, du hast auch wirklich wie so ein Lehrer gesagt. Willkommen. Ja, wir trödeln auch. Hey, dir mal nehm ich jetzt. Hey, hey, hallo. Ich hab nen Schoffi für dich, die Rock. Du trödeler. Trödeler. Ich hab doch deinen LKW, ihr trödeln. Nein, da ist kein Schoffi drin bei dir. Du hast daneben geschmissen dann. Da ist keins drin. Nein. Wo ist dein Schoffi drin? Hier steht doch diese blaue Markierung, du Apfel. Oh, da ist es drin. Das ist mein Platz. Ich hausse dich. Ich seh einen. Ich seh keinen. Meiner. Oh, wer wartet einer? Oh, ah da. Der ist ja so dead. Der ist ja so dead. Alter, die arme Sau. Danke Phil. Schön, dass du ein Kompliment gibst. Danke Phil. Schön, dass du ein Kompliment gibst. Steak! Campen die da? Oh mein Gott, ne ich hatte gedacht, ganz kurz die sind in der Luft oder so wenigstens. Ich campen, der Geist ist krank. Oh mein Gott! Habt ihr mir grad den Kill geklaut? Nein, 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 nein. Die wurden ja geballert! Georg, komm wieder hoch. Großer ist es, Chat. Großer ist es. Ich musste laufen, ich kann hier nicht hinzuziehen. Muss ich bei denen hochziehen. Ich geb den Support, Präti. Drei Stück, drei Stück. Ich hätte gern gehört, was die gesagt haben. Lucky. Hey, sind die eigentlich ganz oben? Ne, ne? Doch. Achso, ja dann baller ich die. Mach weiter aufmerksam auf dich, dann baller ich die jetzt einfach easy. Bro, ja dann bei dich. Ich bin dann grad am hochfahren. Der hatte kein Shield. Einer Sheetbreak. Einer Knock. Einer Sheetbreak nochmal. Nein, das ist ein Sweater. Du musst pushen, Chris. I don't know. Das sind die einfachsten gegen aller Zeiten. Ne, übrigens, also das war ein Ultra Shutter. Also die waren ja so ass. Das sind Ultra Geeks. Ne, ne, war Ultra Geeks. Ja, die haben mich alle gepusht. Ich glaube, das waren Ultra Geeks. Ich glaube, das waren Ultra Geeks. Das waren, glaube ich, Ultra Geeks. Wollen wir mit oder ohne Filch fliegen? Ohne. Ich hab grad übrigens zwei Ultra geballert mit der Große. Also wirklich Ultra geballert. Jetzt ist mir Chris ein bisschen zu konfident. Ich hab grad übrigens zwei Ultra geballert mit der Große. Also wirklich Ultra geballert. Jetzt ist mir Chris ein bisschen zu konfident. In die Drohnen, in die Drohnen, in die Drohnen. Und dann lassen wir das Bounty in die. Double Time. Ich steig nicht aus. Äh, ihr wurd ein Pritziger und einfach. Ja, ja. Äh, in Storage. Wo denn? Wir haben doch Drohnen, oder? Naja. Oh mein Gott. OOOOOOOH! Da ist einer knocked von den Rechten. Find ich immer. Ich hab keine Stunts. Ja, der, der will come revive. Easy Picks. Told you. Zu viel Spaß. Neuer Partner Kronos. Ja, ja, ja. Wirklich. Chat dank meinem neuen Partner. Kronos Max, sind diese Clips hier grade möglich. Ach, soll ich Partner schon announce? Oder soll ich, kann ich jetzt schon sagen? Also Chat, wenn ihr es wissen wollt, hier kriegt ihr die Information. Fünf Minuten. Weißt du, was ich heute announcee? Ah, jajajaja. Phil weiß es auch. Wahrscheinlich wissen wir es denn nicht. Ja, okay. Okay. Ildo King. Ne, weißt du, was du sagst jetzt. Hey! Wirklich, Chris. Phil hat einen schlechten Tag. Chris bringt einen Spruch gegen Phil. Ja, ist mir egal. Ja, das ist mal Veränderungs. Egal, wenn du Schliebpartner hast. Lass das Geiste mal. Ja, weißt du was, Chris? Du hast dir den Braten selbst eingebaut, gell? Das ist mein Platz. Hä? Gutes Druckmittel jetzt. Ich call jetzt alles. Ich koste dich einfach, Dirok. Nein, du Hundesohn. Wir haben Heli gehabt. Wir haben wieder Geld gekauft. Wo sind die? Haben wir noch eine Drohne? Rechts, rechts, rechts. Hier ist doch einer. Hier ist doch einer. Hier auch, hier auch, hier auch. Er ist doch tot. Phil ist doch tot. Ich bin tot, ich bin tot. Phil, push doch mit! Egal. Warum soll ich denn Mistrohling mal an? Ist doch knapp. Da ist doch einer gelandet bei uns, ne? Bro, das hier sind Geekse. Ich droppe, ich droppe. 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 Er kommt hoch. Nein, kommt er nicht. Doch, er kommt hoch. Nein! Der Party. Wo? Er kommt hoch vom Bounty, Bounty. Ja, aber ich... Ich sehe nicht. Das haben wir noch nicht gesehen. Digga, ich... Ich habe gar nicht mitbekommen, dass ich hier auch... Digga, ich dachte, wir würden nicht pushen zu zweit da rein, Digga. Ich gehe... Wie so ein Geistesganker springe ich da überall hin. Oh, der hätte drauf sein können. Achtung! Oh, der fliegt richtig gut, Mann! Digga! Der fliegt richtig gut, Mann! Digga! Der fliegt richtig gut, Mann! 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 Der hat sein ganzes Team... Wir haben uns eigentlich an den Eiern! Der hat man so eine Runde thrown! Der hat sein ganzes Team gerade einfach den Win wegge... Also einfach geopfert, ja. Digga, der fliegt nie wieder Heli, glaube ich. Und der Heli ist nicht mal kaputt gegangen. Digga, da gibt es gerade so Streit bei denen, ne? Die rassen gerade so aus und beleidigen sich gegenseitig. Die werden so sauer, Alter! Ey! Nein! DIRON! Du fliegst nie wieder Heli! Du fliegst nie wieder Heli! Ne, aber was hat der gemacht? Ich weiß es nicht, Digga, ich weiß es nicht. Er ist richtig gut! Bro, er ist wirklich richtig gut Zickzack geflogen, ja? Ne, warte! Wumms! Er ist wirklich richtig gut Zickzack geflogen. Und dann hat er einfach gedacht, jetzt opfer ich mein Team. Jetzt hab ich keinen Bock mehr zu zacken. Jetzt, ich geh, ich wollte eh offline gehen. Ich schwör, diese Konstellation von den drei Leuten, die wird es nie wieder verdammt geben, weil die haben jetzt Streit. Die haben Streit und die trennen sich jetzt. Das ist, deswegen gab es doch die letzten Rasselband-Beating sowas. Ja. Hör doch auf zu linken, Mann. Echt so. Wir haben gesagt, wir reden darüber nicht auf dem Stream. Naja, das Ding ist durch. Naja, ich geh offline. Die Mess ist gelesen, ja? Die Mess ist gelesen, ja? Das Ding ist gut, die Mess ist gelesen. Sag doch, ja. Wenn ich auch eigentlich nicht lieben wollte, ist, dass da an jedem Streit gehört wird. Auuuuuhuuu. Nein, tatsächlich ist sogar Phil an jedem Streit gehört. Tatsächlich. Einfach Tatsiki. Nimm mich doch mit! Ich nehm mich mit, Phil. Ich nehm mich mit. Nö. Ich bin doch an jedem Streit heute. Ich hoffe, der ballert mich. Phil, steck rein! Oh, wo fahr ich denn hier lang? Ich glaube, der ballert niemand. Super. Naja, okay. Ich push allein, dass du... Er ballert mich! Er ballert niemand. Der hat nicht mal auf dich geschossen. Er versucht, mich mit Schild zu schlagen. Ich hab Joffe im Auto. Rein da, rein da, rein da. Ähm, lass zum Bauty. Joe is low heißt der, Digga. Und der ist wirklich low. Joachim Löw. Nein. Nein, du dachtest erst, dass die Yogi bestimmt. Joachim Low. Joachim Low. Einfach Joachim Low. Joachim Low. Die sind safe oben drauf, oder? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Dann ziehe ich mich mal hier rechts hoch. Ja, ja. Wie cool, er das gesagt hat. Ja, ja. Wo, cool und lässig? Unterspruch? Was ist der Untergeschwung? Und dann? Unterspruch. Unterschutz. 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 Wo ist jetzt ein Onlyfans? Oh, hat so viel könnte so Easy Onlyfans mit dem Hund machen? Safe. Unterschutz. Unterschutz. so viel könne so safe der zelfer ich weiß es nicht ja was machen die mit euch es ist aufgeklatscht er macht sich über mich lustig ja ich liebe karma ich liebe karma für was kam also was passiert ich hab nichts bekommen karma ist einfach der geile sauber ok einfach der geile sauber nix nein lass mich doch einfach die drohne aktivieren ich kann keine streaks aktivieren die runde ich lieb's drück dich raus ich kaufe dich direkt das ist nicht passiert das ist nicht passiert das ist nicht passiert das ist nicht passiert was hat er mit euch gemacht wieso digga ich lauf da die ganze zeit rum keiner da auf einmal zwei so ne scheiße so ne scheiße so ne scheiße digga und dann kann ich keine streaks mehr aktivieren was ist das eigentlich auch für ne für ne scheiß bug wieso gibt es denn noch den bug warum gibt es den bug noch wieso zuschauerrunden circa 13 uhr ich sage es keinem was gerade passiert ist versprochen el marco danke dir man das ist wirklich voll korrekt von dir das ist äh das ist sehr nett ich weiß auch gar nicht was chat ist irgendwas passiert gerade ne oder nix oder also fällt euch irgendwas ein so letzten drei vier minuten sind bisschen so an mir vorbeigezogen aber ist nix passiert oder besten zur haltung am sonntagmorgen danke dafür kuss doch schon nö nö also mir auch nicht maßlackern kann ich mich jetzt nicht erinnern nö nö ok danke chat danke danke wieso krieg ich kein gegner im gulag hallo wurde gesniped von saltmine ach so warte mal train station saltmine ich glaube das sind auch berge dazwischen oder so hierbei ja ja das ist ja ich bin doch echt die müssen doch so langsam mal gepatcht werden ne also dieses dieses dauerhaft helmbomben kassieren das macht ja echt keinen spaß auf dauer bist du schon gedacht vorhin nö 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 gg gulag und danke für die ganzen subs die hier in der runde reinkamen ich werde natürlich gleich alles vorlesen nö ich werde die mw ak nachher nicht spielen ne was was du willst sowas von die mw ak nachher spielen was entmutet du dich denn genau dann du willst sowas von die mw ak nachher spielen scheiße nö einfach imagine m60 milan loadout nö also ich werde ich spiel äh ich spiel meter das sei jetzt gar nicht so gemein ich spiel meter das war so gemeint dass ich das war so gemeint dass ich halt nur mit der cold war akka spielen werde mhm 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 digga die haben mich komplett ausgenommen wie haben die denn meinen loot gefunden hä hast du den eingegraben oder was oder nein aber ich bin 500 meter weg von dem wo nein ich bin tot leise 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 nicht mehr leise doch niemand äh chris kann man eigentlich von train station runterspringen ohne probleme jaja das ist gar kein thema ich bleib jetzt hier ich liebs auch wie jedes mal auf train station einer kämpft tradition ja ich bin heute allein zuhause ich werde so nackt den ganzen tag rum was was äh 32 mehr oh rechts nimm sie hell musst sie nehmen du musst gar nicht zwei leute vor mir digga das ist das erste mal seit jahren dass ich headstrike sensor spiele einfach drei leute alter die sind sogar bottom hier oder die sind ganz oben denk ich ne ich glaube die sind hier im treppenhaus da hast du nen suchauftrag macht mal geld für den loadout oh mein gott die laufen gerade alle der andere ist oben es sind noch zwei zwei es sind noch einer noch einer fünf nice finishen finishen alle finishen ich komme runter noch ein team noch ein team jaja ich weiß die haben mit einem team gefeiert geh einfach runter geh einfach runter geh einfach runter ein großer waller geschossen das ist ja große scheiße das ist gar nicht mal so großartig da kommt die stair runter die kommt die stair runter ja soll ich zu dir kommen wer ist die granate ja krabbel hier vorbei rest chris und geh zum shop das smarteste was ihr machen könnt push mich ich muss die platten geben ich kann gar nicht falten ich habe die türen zugemacht ich habe die türen zugemacht lass dir nicht kaufen doch keine drohne kaufen nein du musst du lass doch auch drop sparen oder ja drop 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 der drop sie's gelutscht wir mussten so deine kar behalten digga wirklich sein nein du wirst so meine kar nicht behalten du wirst so meine kar nicht behalten du wirst meine kar so nicht behalten nein nein kaufe nichts Ich kaufe nicht, ich kaufe nicht. Selbstüber... Oh mein Gott. Uhlala, hat er gesagt. Hier ist Plattensack. Für mich, für mich, für mich. Überall sagt gesnipet, ne? Ich hab Schuss im Gewerk, hier. Ich bin ihm so ins Gesicht geschwungen, mit dieser geilen Großer. Ich bin ihm so ins Gesicht geschwungen, mit dieser geilen Großer, ne? Links noch. Aussetzen darf man selbst noch bei den Waffen. Nein! Wie spielt er die Dings? Wie spielt er die Farrah? Der geht komplett falsch. Ich glätte gerade hoch hier, ne? Train. Enemy Soldier incoming, hab ich gehört? Ja, hab ich auch gehört. Der ist da, ne? Ja, ich krieg einen, easy. Ne, doch nicht easy. Er ist genau jetzt in Deckung gegangen. Ja, der ist genau über einen. Er ist rechts. Rechts und die Christ. Genau, ich hab einen links. Er ist genau hier. Immer noch. Ja, genau da, genau da. Der Gegner hat ihn auch gesucht gerade. Da liegt auch ein bisschen Loot. Er wird genau in der Treppe halt drin sein, ne? Meinst du? Ja, also er ist nicht außen. Die Rock und ich sind da jetzt. Da liegt ein Plattensack rechts von mir noch, die Rock. Also hier bei dem Loot. Hab ich gestand? Hab ich nicht gestand? Mh, er kämpft da wirklich, Digga. Du bist... One above me, hat er gesagt. Ähm, ja, ja. Warte, ist es ein Gena? Ne, what the fuck? Ne, nicht da ran. Das war so gut geplant. Please. Thank you, Styliss. Thank you, Styliss. Digga, dieses Rett-Rotts-Spiel, wo mich das round, ne? Vorräte markiert! Oh, ups. Ich kann nicht ganz gern zum Drop. Mhm, ich auch. Sag ich, wie ist das? Klar kann man nicht hoch. Du laufst da gern zum Drop. Äh, äh, äh. Die große erinnere mich an die FVR von früher. Ja, ist auch wirklich... Digga, die spielen alle die FF, äh, die Pharah falsch, ne? Die spielen alle 60er-Magazin. Und dann mit Griff. Wieso, wieso ist das falsch? Ich spiel auch das 60er, aber dafür halt den normalen Schallimpfer wegen ADS. Weil die, also 60er-Schuss schon, find ich den Squads schon wichtig. Aber die ADS, äh, rechts um den Vorrat genommen. Die ADS-Time ist ass bei der... Ja, deshalb spiel ich den normalen Schallimpfer halt, ne? Weil der Damage-Shop-Off ist nicht eklig. Und die Bull-Flust, die reicht. Ne, 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 der ist abgestiegen. Weil Tirok hat schon auf ihn gesniped. Er hat Übershot. Ich seh ihn leider nicht. Ich seh ihn. Oh, knapp der linken Schussung. Hab ihn. Drei Teams. Das sind drei Full-Teams oder? Ja. Komplette drei Full-Teams oder? Lass im besten kein Team pushen oder so unnötig. Lass dich direkt in die Zone, lass dich direkt in die Zone, links rum. D-Rock, 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 D-Rock. Digga, wie oft du deinen Namen sagen musst, damit dein Pfeil sich umgedreht hat, Alter. True. Ich wusste nicht, dass ihr den da an die Zone wollt. Ich wollte da an die Mauer gehen. Ja, aber dann sind alle links halt open, also dann können die alle von links auf uns schießen. Deshalb schon besser hier Pose zu holen. Wobei, Digga, das ist ja eine Ass Zone. Ja, wobei, einer da an der Mauer wäre doch, glaube ich, ganz smart. Ja. Und wir müssen eigentlich dann sogar, also ich müsste sogar crossen eigentlich. Ja, ja, deswegen sag ich ja. Ja, einer vor mir? Hier. Ich glaube, hier dahinter wurde gerade gestunnt. Ja, da wird gefightert in dem Shop, glaube ich. Ja, dann holte die, D-Rock, holte die. Oh, meine Posys Arsch. Ich bin komplett open von der Seite. Ja, ja. Äh, Digga, da ist er noch. Der hat nen Herzschlag. Pass auf, wie du weißt. Ich bleib bei mir, ich bleib bei mir, ich bleib bei mir. Deine Mates runtergesprungen. Kriegt ihr die da? Ja, ja. Digga, nicht close gehen. Mammut Furz. Der andere ist noch hinten. Einer noch, einer noch, einer noch. Ja, da ist n hinten. Äh, von rechts jetzt, von rechts jetzt. Ich bin von rechts gefinigt. Da ist noch einer. Ich hab zwei Neuker fliegt. Die sind in dem Dings drin bei Boneyat. Oh mein Gott, ja, alter Ultralaser. Naja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Deshalb wollte ich das slow spielen, weil es klar war, dass sowas ein bisschen wird. Hier. Deswegen hab ich zu dir auch gesagt, nicht pushen. Ja. Ja, ich hab zwei Neuker halt vor, die finn ich ihn. Halt. Der andere war genau in dem Dings drin. Ja, ja, der ist hier drin bei mir. Ich werd gelasert, ich werd gelasert. Dann... Phil hol ihn und dann Chris geht zu Phil, oder? Ja. Ja, dann ist zwei gegen zwei. Ja, dort ist zwei gegen zwei. Ich hab noch ne Position, ich werd den gleich direkt usen, wenn wir move'n müssen. Ne, es sind zwei Einzelne, zwei Einzelne. Okay. Ne, ein Duo, ein Duo, ein Einzelner. Sorry. Okay. Ja, das Duo ist halt eklig. Ich hab Position geused. Auf die andere Seite, auf die. Knock einer. Weg. Er ist sehr, sehr weg. Hier im Waggon drin, der Einzelne, glaub ich. Ja, der Einzige ist im Waggon drin, Digga. Einer noch, einer noch. Der im Waggon. Nein, Bro. Oh, ich hab ihn überhaupt nicht gesehen. Ich hab ihn überhaupt nicht gesehen. Na ja, er hat jede Bullock getroffen. Aber er hat sich gestört gelasert, oder? Egal. Egal, es kann nicht sein, dass der eine im Waggon mich holt und dann an Zone schlitz. Das ist wieder so typisch, Digga. Also war Zone geschorben. Boah, ich wurde so krank gelasert von dem letzten, ne? Boah, es war aber echt ne geile Runde. Mit der, das war auch das mit dem, wo dieses Dreieckchen den Heli da gefroht hat. Ja, ja. Der fliegt gut, der fliegt gut. Wumms. Schade, Digga. War aber trotzdem ne nice Runde, Alter. Ich dachte vor allem, dass er da schon etwas weiter links gecrossed ist, oder so. Nicht, dass er da genau liegt. Schade, schade, schade. Aua, Digga's. Aua, Digga's.